Guten Tag und herzlich willkommen zurück. Wir haben uns im letzten Video eingänglich mit einer mathematischen Einführung befasst und haben die Grundlagen der Autokorrelation und Zeitreihenanalyse kennengelernt, haben auch schon einige Bilder und Grafiken besprochen und in diesem Video soll es jetzt nun darum gehen, diese ganzen Grafiken und Messungen, die ich Ihnen schon präsentiert habe, selbst in Python auszuführen und den Code zu verstehen. Bevor wir jedoch dazu kommen, würde ich Sie bitten, hier auf dieser Internetseite sich eine Python 3.7 oder 3.8 sind wir inzwischen, Installationen herunterzuladen und auf Ihrem Rechner zu installieren. Das ist die grundlegende Installation der Python-Programmiersprache und damit Sie nicht in eine Konsole programmieren müssen, würde ich Sie zudem bitten, hier auf visualstudio.com Ihnen das Visual Studio Code herunterzuladen. Das können Sie sich für Ihr Betriebssystem hier aussuchen, herunterladen, ausführen und damit werden wir weiterhin arbeiten. Es gibt natürlich auch andere Umgebungen, in denen Sie den Code entwickeln und schreiben können. Sie können zum Beispiel PyCharm benutzen, wenn Sie eine professionelle Umgebung haben wollen, die auch für große Unternehmensprojekte geeignet ist oder Sie können auch mit Jupyter Notebooks arbeiten, wo Sie den Code etappenweise ausführen können. Das ist eingelebt an R, da funktioniert das genauso. Ich verwende für diesen Kurs Visual Studio Code, weil es sehr einfach zu benutzen ist und sehr intuitiv ist, ohne dass Sie sich vorher mit der großen Einbindung von Paketen und der Installation von virtuellen Maschinen befassen müssen. Was wir weiterverwenden werden ist, das haben viele von Ihnen, denke ich, schon mal gesehen, ist die Yahoo Finance-Seite. Das Interessante an der Yahoo Finance-Seite ist, dass hier die sogenannten Yahoo-Ticker zu jedem Finanzinstrument oder Index abgebildet sind. Anhand dieses Stickers hier, der hier in den Klammern steht, sind Sie in der Lage, die entsprechenden Historien sich automatisiert in den Python-Code, den wir gleich besprechen werden, herunterzuladen. Zudem können Sie hier eine ganze Reihe an Finanzinformationen erhalten. Sie haben hier einen News-Ticker, virale Meldungen, Branchen-Sortierungen und auch eine Börsensortierung mit einem Event-Kalender, Aktien, Rohstoffe und Sie finden hier eigentlich eine große Bandbreite an Instrumenten und Tickern und vor allem auch Daten, die Sie hier verwenden können. Hier oben sehen Sie die größten Indizes, die gängigen und Sie können die alle mit diesem Ticker hier quasi verwenden. Ich klicke jetzt mal auf den Eurostoxx50, da sehen Sie hier in den Klammern den Ticker, den brauchen Sie, um eben dieses Finanzinstrument in Python verwenden zu können. Wenn wir gerade darüber sprechen, wir verwenden das in Python, wir werden die gängigen Data Science und Statistik-Pakete verwenden, die für Python entwickelt wurden. Zum einen verwenden wir Pandas. Pandas ist eine Bibliothek, die Datenmanipulationen zur Verfügung stellt für Zeitserien und vor allem für Data Frames. Wir werden NunPy verwenden, das ist gemeinsam mit StatsMod und SciPy die wissenschaftliche Implementierung mit ganz vielen Modellen, Statistiken und Anwendungsformen. Zudem werden wir Matplotlib verwenden, was in Anlehnung an Matlab die Visualisierungen vornimmt. Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie Pandas, NumPy, SciPy, vielleicht noch StatsModels und Matplotlib zusammenrechnen, haben Sie effektiv eine Python-Version von Matlab. Mit Matplotlib werden wir auch einen Großteil unserer Grafiken erzeugen, was wir später vielleicht noch verwenden werden, aber was Sie verwenden können, wenn es visuell noch schöner oder anspruchsvoller sein soll, ist zum Beispiel Seaborn. Das ist ein Paket, wo sehr anspruchsvolle Grafiken zur Verfügung stellt, wo Sie hier unten auch den Code dazu mitgeliefert bekommen in der Dokumentation. Ich mache jetzt zum Beispiel das hier nochmal auf. Sie können hier sehen, dass Sie hier sehr anspruchsvolle Grafiken erzeugen können, egal ob jetzt für Ihre Abschlussarbeiten, Hausarbeiten, Präsentationen, die Sie zufällig in irgendwelchen Wahlfächern halten müssen. Oder auch, wenn Sie schon berufstätig sind und für Kundenpräsentationen aufbereiten mögen, bieten sich diese Pakete sehr gut an, um ansprechende Grafiken zu erzeugen, ohne hier stundenlang mit aufwendigen Codierungen verbringen zu müssen. Also aus meiner Sicht ist die Zeit, schwarz ist auch eine Farbe, in der Statistik längst vorbei. So, ich habe jetzt direkt umgeschalten in den Python-Code. Den Python-Code habe ich Ihnen in Ihrem Moodle-Kurs zur Verfügung gestellt. Und bevor wir mit diesem Python-Code hier, den Sie hier sehen können, anfangen, erzeuge ich hier erstmal nochmal ein neues File, wo Sie sehen können, dass hier eigentlich nur normale Wörter reingeschrieben sind. Das ist nichts weiter als wie ein Texteditor. Hier unten sehen Sie in der Ecke die Codierung und sowie welcher Sprache der Syntax eingestellt ist. Sie können hier durchgehen und von C, Dockerfiles, HTML, alles einstellen, was Sie dann eigentlich haben möchten. Für unsere Zwecke benutzen wir hier Python. Das heißt, ich klicke hier auf Python und der Code springt auf Python um. Wenn Sie natürlich die Pakete hier, die Sie hier sehen, die wir hier verwenden werden, importieren möchten, dann geht das über das pip-Package. Sie geben hier einfach ein pip install und dann geben Sie zum Beispiel Pandas ein. In meinem Fall ist das schon installiert. Dann drücken Sie hier im Terminal auf Enter und dann sehen Sie hier, dass das vorhanden ist. Ansonsten würde ich hier einige Dateien runterladen und eben diese Packages, die wir hier oben sehen, installieren. Wenn Sie hier einen Code ausführen, der diese Packages nicht installiert hat, wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen hier über pip install die Packages auf Ihrem Rechner installieren, sofern Sie das nicht schon lange getan haben. Sollte das hier nicht funktionieren, müssen Sie eben in den Systemumgebungen die Variable path ändern, dass pip auf die richtigen Ordnerstrukturen zugreifen kann. Sollte es hier Probleme geben, ich habe im Moodle-Kurs ein Forum eingerichtet, wo man solche Probleme posten kann. Wenn es da Probleme gibt, lösen wir die natürlich gemeinsam, dass Sie hier auch anfangen können. So, Sie sehen jetzt erstmal Auszüge des gesamten Python-Codes. Wir fangen hier erstmal an, indem wir die ganzen Pakete implementieren oder einbinden, die wir brauchen. Das sind externe Programmier- oder Programm-Bibliotheken, die eben Code enthalten, den wir nicht neu schreiben müssen, sondern den wir verwenden können. Ich scrolle jetzt hier runter. Wir fangen hier an, indem wir natürlich als erstes mal uns unsere Zeitreihe von Yahoo herunterladen. Das funktioniert über eine sogenannte Funktion. Eine Funktion haben wir in der Theorie ja schon kennengelernt. Die Funktion im Programmieren bedeutet, dass ich einen Funktionskörper habe, der gewisse Argumente übernimmt, die ich ihm geben kann. Für diese vorgefertigten Argumente, die sehen Sie hier, geschehen gewisse Dinge. Diese gewissen Dinge, die hier geschehen sind, dass ich eine Variable erzeuge und zwar hier mein tDataFrame und mit dem JF-Download hier, das ist hier oben aus meinem Yahoo Finance und Yahoo Financials heraus, kann ich hergehen und eine Zeitreihe herunterladen. Bei einer Funktion ist es immer wichtig, noch ein Return-Argument dazu zu geben, sofern die Funktion ein Ergebnis zurückliefern möchte. Wenn wir hier nun weiter nach unten scrollen, sehen wir hier, dass ich zwei Zeitreihen herunterlade. Zum einen die Tesla Zeitreihe, die ich eben mit Aufrufen der oberen Funktion, ich scrolle hier nochmal nach oben, mit dieser Funktion, die rufe ich hier auf, indem ich hier den Yahoo Ticker eintrage. Das heißt, der Yahoo Ticker hier oben ist hier unser Tesla und dann gebe ich noch ein Startdatum in amerikanischer Notierung und ein Enddatum in amerikanischer Notierung ein. Progressen brauchen wir hier nicht, das können Sie als falsch übergeben und damit habe ich schon mal die erste Zeitreihe heruntergeladen. Und was wir jetzt im Folgenden machen werden ist, ich bespreche mit Ihnen erst einmal den restlichen Code, wie dieser Code aufgebaut ist, was da alles passieren wird und dann führen wir diesen Code aus und interpretieren ihn. Wir beginnen einfach, nachdem wir jetzt gelernt haben, ich scrolle hier nochmal nach oben. Es ist guter Python-Stil, die Importierung oder die Einbindung von externen Bibliotheken am Anfang vorzunehmen. Danach werden Definitionen oder Objekte definiert, je nachdem wie groß Ihr Code ist, können Sie das natürlich auch in verschiedenen Subprogrammen machen. Ich werde hier der Einfachheit halber, nachdem ich keine Python-Programmierkenntnisse voraussetze, das nicht machen. Ich werde für jedes Kapitel den Code in einem File zur Verfügung stellen und Sie müssen das dann eigentlich nur noch ausführen und können darin rumspielen. Nenne ich das jetzt mal liebevoll. Wir haben hier gesehen, wir definieren hier eine Funktion. Die Funktion nimmt einen Yahoo-Ticker, ein Startdatum und ein Enddatum und lädt mir danach genau diese Zeitreihe herunter. Die Standard-Setting hier sind Tagesdaten. Wenn Sie eine andere Frequenz haben möchten, müssen Sie diese Funktion hier natürlich noch etwas erweitern. Wie Sie sehen können, laden wir hier Tesla runter und wir laden den Nasdaq 100-Composite-Index runter anhand der Yahoo-Ticker und der vorgefertigten Zeitintervalle, die wir hier angeben. Und nachdem wir das gemacht haben, möchten wir natürlich uns die Daten zunächst einmal ansehen. Dazu dient hier dieses Punkt Head. Das Punkt Head zeigt uns die ersten fünf bis zehn Zeilen eines Data Frames. Somit können wir uns einen Blick oder ein Bild darüber machen, wie unsere Daten dann eigentlich beschaffen sind. Und was ich noch machen werde oder was ich hier mit eingefügt habe, ist, dass ich diesen Data Frame, die Spalten des Data Frames, ihn in einer Vorschleife hier mal ausgebe. Das heißt, für alle Spalten, die hier in diesem Data Frame vorhanden sind, druckt er mir den Spaltennamen in die Konsole, wie wir das später noch sehen werden. Das nächste, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe darauf verzichtet, für die Grafiken erneut eine Funktion zu schreiben oder gar ein Objekt dafür zu erzeugen. Das ist der einfache Grund, dass hier im ersten Python-Video ich Ihnen die Möglichkeit geben will, einfach hier herumspielen zu können, sich an den Syntax zu gewöhnen und nicht direkt irgendwelche Funktionen manipulieren zu müssen und danach sich zu wundern, was da denn jetzt genau nicht funktioniert hat. Ich möchte, dass Sie ja nach Ihrem ersten Python-Code ausführen, ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Daher habe ich hier einen sehr einfachen Syntax gewählt, der in der Programmierpraxis eher nicht unbedingt gut ist. Das nächste, was wir hier machen, wie Sie hier sehen, wir plotten die Preisserie von Tesla. Das geht über plt.plot, plt deswegen, weil ich hier oben die matplotlib.pyplot-Bibliothek als plt deklariert habe. Wenn ich das nicht mache, müsste ich jedes Mal matplotlib.pyplot abtippen und das ist immer etwas langwierig, deswegen verwendet man hier gängige Abkürzungen, pandas als pd oder matplotlib als plt und numpy als np. Das sind Abkürzungen, die werden generell so verwendet und die können Sie auch nutzen. Ich scrolle jetzt hier nochmal runter, das heißt, ich erzeuge hier ein matplotlib.pyplotplot. Das ist ein interessanter Name, deswegen steht hier auch plt, das ist einfach auszusprechen. Das heißt, ich übergebe diesem Plot die Datenzeitreihe, was möchte ich denn anzeigen und ich habe dem hier noch eine Farbe gegeben, in dem Fall die Farbe grün. Ich kann dann ein x-Label bestimmen, das heißt die x-Achse benennen, die y-Achse benennen und noch eine nette Überschrift hinzufügen. Wenn Sie mehrere Zeitreihen gleichzeitig in einem Bild darstellen, können Sie natürlich auch noch eine Legende dazu einfügen, um Ihr Bild dann natürlich ansehen zu können, machen Sie ein plt.show. Das bedeutet, dass die Grafik nicht nur berechnet, sondern auch angezeigt wird. Ich habe hier dasselbe nochmal gemacht für den Nest Stack, wie Sie hier sehen können. Das sind redundante Codeteile, die man, wenn man es ordentlich macht, am besten in eine Funktion, wie hier oben das Herunterladen von Zeitreihen oder in ein Objekt packt, damit nicht 20 Mal derselbe Code im selben Skript vorkommt. Das ist programmiertechnisch deswegen so, wenn ich jetzt hier eine Änderung vornehmen möchte und ich vergesse die 20 Kopien davon, dann komme ich mit dem Debuggen und dem Fehlersuchen nicht mehr hinterher, weswegen es eigentlich eleganter ist, Funktionen und Objekte zu verwenden, was ich jetzt aus gesagten Gründen hier nicht getan habe. Das heißt, diese beiden Blöcke, Code hier, plotten mir zum einen meine Tesla-Preisserie, die Sie in den Unterlagen finden werden und die Nest Deck-Reihe, die Sie in den Unterlagen auch finden werden. Als nächstes können Sie hier sogenannte Subplots einfügen, das heißt, Sie können Ihr verfügbares Fenster in Unterfenster aufteilen. Wenn Sie sich erinnern an das Volumen und den Tesla-Preis, den ich Ihnen in zwei separierten Grafiken dargestellt habe, das können Sie hier machen. Sie können hier Ihren Bildschirm in verschiedene Teile aufteilen, je nachdem, welche Parameter Sie hier oben einstellen und Sie können die Fenster dann auch entsprechend einzeln mit Grafiken befüllen. Was ich Ihnen hier nicht dargestellt habe, was aber auch möglich ist, ist, dass Sie eine dritte Achse einfügen und in eine Grafik mehrere Zeitreihen mit unterschiedlichen Skalierungen abtragen. Das ist möglich. Darauf habe ich im Rahmen dieses Kurses jetzt aber erstmal noch verzichtet. Das heißt, ich fange hier nochmal von oben an. Wir binden die relevanten Pakete ein. Wir erzeugen unsere erste Funktion, die es uns erlaubt, Finanzmarktzeitreihen von Yahoo.de herunterzuladen. Wir speichern uns hier gerade mal zwei davon in ein DataFrame, schauen uns hier die ersten Zeilen an, drucken uns die Spaltennamen, damit wir mal ein Gefühl dafür bekommen, was denn in so einem DataFrame eigentlich mit runtergeladen wird. Dann machen wir uns eine nette Grafik der Preisserie der ersten Aktie, also der Tesla-Aktie. Dann machen wir uns nochmal ein hübsches Bildchen der NASDAQ 100 Composite Index Zeitreihe. Und hier habe ich weitergemacht, indem ich Ihnen nochmal die Tesla-Aktie sowie das Volumen, das Volumen wird mit den Preisen im selben DataFrame angeliefert, abgetragen habe, damit Sie auch sehen können, dass Sie nicht nur die Bilder einzeln drucken können, sondern dass Sie das auch zusammenfügen können. So, was haben wir jetzt bisher gemacht? Wir haben unsere Pakete eingebunden, wir haben eine Funktion geschrieben, die es uns erlaubt, die Zeitreihen herunterzuladen, wir haben uns den Kopf der Zeitreihe angeguckt, wir haben uns die Spalten des DataFrames angesehen, wir haben uns ein paar hübsche Bildchen ausdrucken lassen, damit wir auch einen grafischen Eindruck unserer Daten bekommen. Und jetzt möchten wir natürlich auch das, was wir jetzt in der Theorie gelernt haben, umsetzen. Wir schauen uns jetzt erstmal den Mittelwert, also den Erwartungswert an und die Standardabweichung unserer Daten, die wir hier runtergeladen haben. Deswegen habe ich hier nochmal ein paar temporäre Variablen definiert. Zum einen nochmal die Preise und das Volumen, jeweils von dem NASDAQ 100 Composite Index und der Tesla-Aktie. Und Sie können hier über das NumPy-Package np.min oder np.std, das ist die Standardabweichung, schlicht und ergreifend den Mittelwert und die Standardabweichung berechnen. Ich habe hier in einem Print-Statement Ihnen eben genau diese Ergebnisse ausgedruckt. Die werden wir uns jetzt dann gleich anschauen. Natürlich können wir nicht nur Mittelwerte und Standardabweichungen schön einzeln berechnen. Wir können natürlich über den Befehl .describe hier, Tesla DataFrame .describe oder NASDAQ 100 DataFrame .describe uns eine Summary-Statistik ausgeben lassen, in der die gängigsten statistischen deskriptiven Maße vorberechnet werden. Warum ich das nicht sofort gemacht habe, ist Ihnen zu zeigen, dass Sie mit NumPy sich diese statistischen Maße einzeln aussuchen können. Sie können natürlich aber auch, wenn es ein, ich nenne es mal, Quick-and-Dirty-Overview sein soll, über das .describe-Argument sich die statistischen deskriptiven Maße direkt hier ausdrucken lassen. Zudem können wir uns hier die Korrelationen zwischen den beiden Titeln ansehen. Das heißt, wir können hier direkt eine Korrelationsmatrix uns in, ich sag's mal, Konsolenform ausgeben lassen. Es ist später natürlich auch möglich, wenn Sie viele Variablen haben, Heatmaps oder Korrelationsgrafiken zu erzeugen, die meines Erachtens schon sehr gut aussehen. Was wir hier machen, ist wieder über das NumPy-Package uns den Korrelationskoeffizienten der Tesla-Preise und des Volumens von Tesla anzusehen. Wir haben ja weiter oben uns einen dualen Plot ausdrucken lassen oder wir werden uns den ausdrucken, indem das Volumen und die Tesla-Preise zusammen abgetragen sind. Und ich unterstelle jetzt hier einfach mal, dass Handelsvolumen und der Preis irgendwie zusammenhängen. Und deswegen berechne ich jetzt hier den Korrelationskoeffizienten und da sind wir bei dem normalen Korrelationskoeffizienten. Wir sind noch nicht in der Autokorrelation zwischen den Preisen und dem Volumen. Ich möchte einfach wissen, kann ich die Preise durchs Volumen erklären, ja oder nein? Und das führt uns auch direkt hier weiter zu dem Plot, den Sie hier gesehen haben in Ihren Unterlagen, indem ich das Volumen der Nasdaq-Index-Zeitreihe mit dem Volumen der Tesla-Preisserie in einem Streudiagramm darstelle. Das können Sie hier über das Matplotlib-Style-Use-GG-Plot einstellen. Sie nehmen hier nicht mehr PLT.plot, das würde Ihnen nur die Zeitreihe abtragen. Sie machen hier ein Scatter-Plot, ein Streudiagramm, deswegen nehmen Sie aus dem Matplotlib hier das Scatter-Argument und die Scatter-Funktionalität, um hier eben die Argumente einzutragen, die gescattert werden sollen. Sie können hier wieder die Achsenbeschriften einen Titel eingeben und was ich hier weitergemacht habe, ist, damit Sie das auch sehen, ich habe hier zwei Variablen simultan definiert und zwar über das NumPyPolyFit. Das ist effektiv nichts anderes wie eine gehobenere Variante, eine Regressionsgerade durch den vorher genannten Datensatz zu legen. Das heißt, hier habe ich eine Steigung und einen Achsenabschnitt und mit der PolyFit-Funktion die NumPy zur Verfügung stellt, kann ich hier meine Regressionsgerade einzeichnen. Und was ich natürlich machen möchte, ist, ich möchte hier die Regressionsgerade nicht nur berechnet haben, sondern ich möchte sie hier auch sehen, weswegen ich sie hier nochmal extra abtragen muss und dann kann ich mir das Ganze wieder ansehen. Wenn wir nun im Code fortfahren, sehen Sie das, was wir im Skript auch schon gezeigt haben. Wir berechnen hier unsere Logrenditen und unsere quadrierten Logrenditen. Das können Sie hier über den NumPy-Befehl-Logarithmus einstellen und einfach sagen, hier, ich nehme die Formel und mache daraus Python-Code. Das heißt, ich berechne hier einfach nur die Renditen, die Wachstumsraten unserer Preisserie und das mache ich natürlich einmal für die Tesla-Preise. Da berechne ich hier die normalen LogReturns und ich berechne die quadrierten LogReturns und ich berechne die LogReturns unseres Nasdaq 100 Composite Index. Interessant ist es hier, dass ich in diesem DataFrame hier eine neue Spalte eindefiniere. Die nenne ich hier LogReturns und da passiert Folgendes, was diese Formel hier sagt. Wenn ich dieser Formel wieder einen DataFrame zur Verfügung stelle, dann rechnet er jeden einzelnen Punkt automatisch durch. Da müssen Sie selber gar nichts mehr tun. Er erzeugt Ihnen hier eine neue Spalte und berechnet für alle Werte, die eben diese andere Spalte hat, die neuen Werte. Das war früher nicht so, da mussten Sie das noch aufwendig zusammenfügen. Das ist inzwischen eine sehr bequeme Art und Weise, das zu tun. Wir schauen uns danach natürlich noch mal unseren DataFrame an und sehen uns den Kopf noch mal an, nachdem wir jetzt hier neue Spalten zugefügt haben. Und was wir wieder machen, ich denke so langsam, verstehen Sie es, wir plotten uns wieder diese Zeit rein, und zwar die Return-Zeit rein, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und diesmal ist es so, dass wir die Tesla-Returns und die Nasdaq-Returns in einer Grafik abtragen. Achten Sie bitte darauf, wenn Sie eine Legende, wie hier unten, mit einfügen möchten, dass bei der Plot-Funktion hier oben ein Label mit als Parameter übergeben wird, sonst weiß die Legenden-Funktion hier unten nämlich nicht, was sie denn da hinschreiben soll. Das zeigen wir uns dann wieder an, also wir schauen uns dann diesen Plot wieder an, und das gleiche machen wir hier noch mal für die Squared-Returns, das ist dasselbe wie oben, da geben wir uns einfach das Bild aus, und fertig ist das. Ich scrolle jetzt noch mal ganz nach oben, damit Sie sehen, wie viel wir hier schon gemacht haben. Ich habe hier als TSA diese Stud-Models-Graphics, diese TSA-Plots mir ausgeben lassen als Paket, die binde ich hier mit ein, und was mache ich damit? Ich scrolle jetzt hier fleißig nach unten, was ich hier unten damit mache, ist, ich benutze die Autokorrelations-Funktion, die in diesem Package enthalten ist, um eben die Autokorrelations-Plots der Preise, Returns und Log-Returns zu berechnen und auszugeben. Ich habe hier hinten den Parameter Lags, wo ich einstellen kann, wie viele Perioden ich denn nach hinten gehen möchte, was ich auch gerade Ihnen gezeigt habe, wenn Sie hier, das ist der große Vorteil von Visual Studio Code, über diese Funktion, über diesen Befehl drüber hovern, sage ich mal, dann geht sofort das Hilfe-Menü auf, wo Sie sehen können, aus welchen Parametern diese Funktion besteht und was Sie dabei beachten müssen und welche Werte das hier annehmen kann. Was mir gerade noch aufgefallen ist, das habe ich auch gerade korrigiert, dass ich im bisherigen Video eine veraltete Version dieses Programmes Ihnen vorgestellt habe, die einzigen Änderungen, die sich ergeben haben, sind eigentlich nur hier in diesen sechs Zeilen, fünf Zeilen und zwar ist es so, dass ich hier die Varianzen berechnet habe, indem ich die Adjusted Closing Preise minus den Mittelwert quadriert habe. Ich habe aber hier die Spalte Preisvolatilität genannt und die Volatilität, so wie wir sie kennen, ist ja natürlich die Standardabweichung, das heißt, ich muss hier natürlich noch die Wurzel ziehen und das habe ich hier nachträglich noch eingefügt. An den Plots und an den Ergebnissen ändert sich hieran jedoch nichts. Ich habe Ihnen auch die aktualisierte Version des Codes, wo hier eben noch dieser 0,5er Exponent dabei ist, auf Moodle hochgeladen und was machen wir hier unten jetzt? Ich habe es gerade ja schon gesagt, wir berechnen die Volatilitätsserie auf Basis der Adjusted Closing Preise minus deren Mittelwerte quadriert und dann gewurzelt. Das gleiche mache ich hier für die Lock Returns und für die quadrierten Lock Returns. Und was wir dann machen, wir machen wieder ein Bildchen und das von allen beiden und am Ende plotten wir noch mal die Autokorrelation. Das heißt, wir sehen uns hier oben erstmal noch mal die Preisvolatilitätszeitreihe an sowie die Returnzeitreihen, also die Returnvolatilitäten, die wir uns hier noch mal ansehen werden. Und hier unten, ganz unten hier in diesen drei Zeilen in FIG 3 bis FIG 5 machen wir folgendes, das gleiche wie oben. Wir lassen uns die Autokorrelationsfunktionen ausgeben, die Autokorrelationsplots für 42 Lags, der Preisvolatilität sowie der Returnvolatilitäten und lassen die uns hier anzeigen. Wir haben natürlich im Kurs auch gelernt, dass wir auf Autokorrelation testen können. Deswegen haben wir hier noch mal eine Funktion gebaut, die, wenn man jetzt ganz ordentlichen Code schreiben würde, oben am Anfang des Skriptes definieren würde. Ich habe das hier unten mal separiert, damit Sie das eben auf einem Haufen sehen und nicht so auseinandergestückelt. Was machen wir hier? Wir machen als erstes eine OLS-Regression, das heißt, wir machen hier eine gefittete OLS-Lineare Regression über diesen Datensatz und lassen uns dann das Ergebnis des Durban-Watson-Testes, das hier ist die Implementierung des Durban-Watson-Testes, so wie Sie ihn im Skript kennengelernt haben, ausgeben. Und wir lassen uns die Ergebnisse hier drucken. Das heißt, wir können für die Adjusted Closing Preise, für die Locked Returns, für die Preisvolatilität und die Returnvolatilität die Durban-Watson-Test-Ergebnisse in der ersten Ordnung betrachten. Ich habe jetzt sehr lange diesen Code erklärt. Ich hätte gesagt, wir lassen diesen Code einfach mal laufen und wir sprechen über die Ergebnisse. So, Sie sehen, wenn ich dieses PLT.show anklicke, beziehungsweise wenn ich das ausführe, sehe ich meinen Preischart in einem gesonderten Fenster. Das kann ich hier groß machen. Ich habe hier unten noch Felder, wo ich die Charts hier manipulieren kann, drehen kann, skalieren kann. Ich kann die Bilder hier dann auch speichern und exportieren. Und was wir hier unten sehen, ich klicke jetzt hier nochmal in meine Konsole rein und ziehe das Terminal etwas größer. Das ist das .head, der .head-Befehl, wo wir hier den DataFrame sehen, und zwar die ersten fünf Zeilen dieses DataFrames und wir sehen, wir haben hier die Daten, wir haben die Zeitpunkte, wir haben den Eröffnungskurs, den Hochkurs, den tiefsten Kurs, den Closing Price, den Adjusted Closing Price und das gehandelte Volumen jedes Tages hier richtig schön in einem DataFrame abgetragen. und das haben wir hier für den Nest Deck auch nochmal, das ist der zweite Header, den wir hier sehen können. Da sehen wir die ersten fünf Daten, den Opening Price, den höchsten Preis, den tiefsten Preis, den Closing, Adjusted Price für den jeweiligen Tag und das gehandelte Volumen. Und was wir hier noch sehen, ich markiere das nochmal, hier habe ich einfach nur zur Übersicht nochmal die Spaltennamen ausgegeben und es fällt hier auf, dass das Datum hier nicht als extra Spalte eingefügt ist, sondern automatisiert beachtet wird. Das ist der große Vorteil, wenn man einen DataFrame nutzt. Ich ziehe jetzt hier nochmal das Terminal ein bisschen weiter runden. Wir sind jetzt quasi hier, wir haben jetzt diesen Teil hier ausgeführt plus die erste Bildchenversion, die wir uns hier angesehen haben. Der Code stoppt an dieser Stelle, solange hier diese Figurfelder offen sind, wenn ich hier oben auf schließen klicke, führt er mir das nächste Bildchen aus. Wir sehen jetzt, wir sind jetzt hier, wir lassen uns jetzt hier den NASDAQ 100 Composite Index anzeigen. Das ist dieselbe Grafik, die Sie in Ihren Vorlesungsunterlagen finden. Sie sehen, die Qualität der Grafik ist relativ gut. Machen wir hier mal weiter. Die nächste Grafik, die ich Ihnen gezeigt habe, das ist das mit den Subplots, in dem ich hier verschiedene Felder definieren kann. Deswegen werden wir hier auch zwei Zeitreihen, einmal die Tesla Preiszeitreihe, wie wir sie vorher gesehen haben, und das Volumen aus demselben DataFrame in einem Bild angezeigt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, hier noch eine andere Achsenbeschriftung einzufügen und das Volumen quasi mitsamt der Zeitreihe in einem Fenster zu plotten. Da stehen Ihnen natürlich die Möglichkeiten offen. Wir machen jetzt hier weiter und sehen, wir sind jetzt, ich scrolle mal hier runter, das ist das, was wir gerade gesehen haben, über das Volumen. Und wir sind jetzt quasi, ich scrolle noch mal ein Stück runter, wir sind jetzt quasi hier, in den Bildchen. Und wenn wir jetzt hier in unserem Terminal weiter nach unten gehen, sehen Sie, wir kriegen hier ganz viele interessante Sachen ausgedruckt. Zum Beispiel diese Zeile hier oben, diese deskriptiven Statistiken, die wir gerade besprochen haben, die ich hier ausgegeben habe, ist das hier, wo ich selbst definieren kann, dass hier da steht, die Zeitreihe hat einen Mittelwert von 204 und eine Standarderweichung von 131. Das sind diese Zeilen hier im Code. und ich habe ja natürlich vorher gesagt, wir können hier ein .describe-Befehl ausführen. Dieser .describe-Befehl erzeugt mir diese Tabelle hier, der mir für alle Spalten, die in diesem DataFrame enthalten sind, die Anzahl, Mittelwert, Standarderweichung, Minimum, Maximum und eben die Quartile berechnet. Und das ist eigentlich eine sehr elegante Möglichkeit, einen deskriptiven Überblick zu bekommen. Wenn wir hier weiter runter scrollen, wir haben vorher gesagt, wir können uns hier auch zwischen den Volumina den normalen Korrelationskoeffizienten berechnen lassen. Und das sehen Sie hier unten. Das ist quasi eine Korrelationsmatrix, wo in diesem Fall halt nur zwei Werte drinstehen. und wir sehen hier, das ist eine symmetrische Matrix, das ist die Varianz-Kovarianzmatrix zwischen dem Tesla und dem Nasdaq-Volumen. Und wir sehen, beziehungsweise dem Volumen von Tesla und den Preisen von Tesla, entschuldigen Sie mich bitte, und wir sehen, dass das Volumen auf den Preis einen Einfluss von 0,55 hat. Das bedeutet, dass grundsätzlich, je höher das Volumen ist, desto höher der Preis wahrscheinlich auch sein wird. Wenn wir jetzt hier das nochmal runterziehen, dann sind wir im Moment hier, wenn wir das Bildchen noch dazu groß machen, dann sehen wir das hier. Das heißt, wir haben diesen GG-Plot hier uns anzeigen lassen, wir haben uns hier statistische Maße plotten lassen, das haben wir hier schön jetzt in die Konsole gedruckt, damit ich Ihnen das zeigen kann. Es ist natürlich auch möglich, sich diese, sagen wir mal, Minimum-Serie über die Spalten eines Data-Frames wieder in eine neue Variable zu speichern und weiterzuverwenden. Das funktioniert natürlich. Ist für mich als Dozent ein bisschen schwierig, wenn ich Ihnen das nicht zeigen kann, deswegen habe ich mir hier den Luxus rausgenommen, das in die Konsole zu drucken, damit ich Ihnen diese Tabellen auch zeigen kann. Sie können sich natürlich diese Maße auch in extra Variablen speichern. Ich mache diesen Scatter-Plot hier nochmal groß. Das hier ist der Scatter-Plot, den Sie aus dem Skript kennen, der mir das Volumen von Tesla gegen das Volumen von Nestec 100 Composite aufträgt und noch eine Regressionsgerade hier reinfittet. Hier stoppt der Code auch wieder, eben so lange, bis Sie dieses Fenster geschlossen haben. Und dann geht sofort das nächste Fenster auf. Ich scrolle hier nochmal runter. Wir haben hier unsere Returns berechnet. Das sehen wir hier. Ich habe hier nochmal einen neuen Header eingefügt. Das heißt, hier sehen wir, wie hier oben, Open, High, Low, Adjusted, Closes und Volume. Das ist das, was wir von Yahoo direkt beziehen können. Und wenn wir jetzt hier runterscrollen, sehen Sie, dass ich hier zwei Spalten mehr eingefügt habe. Einmal die Log-Returns und einmal die quadrierten Log-Returns. Und Sie sehen, das macht der Data-Frame ganz automatisch und erfüllt mir hier auch die Blanks mit auf. Da müssen Sie sich selber nicht mehr drum kümmern. Und das ist das, was Sie auch aus dem Skript kennen. Das ist hier die Return-Zeit-Reihe, die wir geplottet haben. Hier habe ich den Nestec 100 sowie die Tesla-Zeitreihe in dasselbe Bild eingefügt. Und wenn Sie das jetzt hier so nebeneinander legen, dann können Sie sich hier die Zahlen angucken und Sie haben das Bild dazu. Und wir befinden uns im Code im Moment hier. Wir haben uns hier diesen Header nochmal angeschaut über diese Returns, die wir hier unten sehen können. Und wir haben jetzt das hier ausgeführt. Wenn wir hier dieses Fenster wieder schließen, läuft der Code weiter. Das heißt, wir sind im Code jetzt hier. Hier sehen wir quasi nochmal die Grafik über die Zeit der quadrierten Return-Serie, wo wir sagen können, wir haben die Log-Returns quadriert. Das sehen wir hier. Er rechnet jetzt ein bisschen für die Autokorrelation. Und ich habe das hier so eingestellt, dass er mir gleich drei Bilder gleichzeitig auswirft. Deswegen rechnet er hier auch ein bisschen mehr. Er rechnet mir hier, das sehen Sie über der Konsole hier, einmal die Adjusted Closing-Preise, Log-Returns und Squared-Log-Returns. Ich schließe jetzt hier einfach mal die Returns, weil wie Sie hier sehen, haben wir keine Autokorrelation. Und wenn ich das hier größer mache, sehen wir die Grafik für die Tesla-Preise in der Autokorrelation mit einem Lag von 42. Und das Schöne ist, dass dieses Package mir hier genauso direkt die Signifikanz-Schwellen nach oben und unten mit einzeichnet. Das heißt, Sie sehen auf einen Blick, ist mein Stäbchen hier, mein Streichholz über diesem Schwellwert oder nicht. Wenn er drüber liegt, ist es signifikant und ansonsten eben nicht. So, wir schließen das wieder. Beziehungsweise bevor wir es schließen, scrollen wir hier nochmal im Code etwas weiter nach unten. Wir haben jetzt ausgeführt diesen Teil hier. Und was wir als nächstes machen werden, sind die Volatilitäten zu berechnen. Einmal der Preise und der Log-Returns sowie der quadrierten Log-Returns und uns diese grafisch erstmal anzeigen zu lassen. Der Code wird dann hier wieder stoppen und uns das Bildchen anzeigen. Einmal von der Preis-Volatilitäts-Serie von Tesla und einmal von der Return-Volatilitäts-Serie von Tesla. Und wir müssen jeweils immer das Fenster hier schließen, bevor wir irgendwas weiter berechnen. So, wie Sie hier sehen können, das ist ja das, was wir vorher gesagt haben. Hier ist es relativ stabil. Dann haben wir ein bisschen gezuckelt und dann geht es einfach mal knallhart nach oben. Das sind Dinge, die wir modellieren wollen, die uns auch in der Risikomodellierung beschäftigen. Baue ein Modell, das das hier darstellen kann. Das funktioniert hier vielleicht ganz gut. Gut, das funktioniert auch irgendwie noch, aber das hier hinten wird dann schon schwierig und Volatilitäts-Modelle interessieren mich in erster Linie nur dann, wenn es kracht. Also, wenn das hier nicht richtig modelliert ist und ich bin hier auf der falschen Seite des Marktes, kann es durchaus passieren, dass ich am Ende vom Tag nicht mehr ganz so viel Geld besitze, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Also, ich schließe das hier jetzt nochmal und dann sind wir quasi hier drüben bei der Return und bei der Squared Return Volatilität, die ich Ihnen hier nochmal grafisch dargestellt habe. Sie sehen die Devolatilisierung, die Sie erreichen können, wenn wir die logarithmierten Returns quadrieren. Sie sehen aber auch, dass Returns auf Tagesbasis eine ganz schön hohe Volatilität haben können und zwar hier über 20% und das ist schon enorm. Das ist viel und wir versuchen im Verlauf des Kurses hier ein bisschen Modellierung mit reinzubringen und Modelle zu definieren und zu bauen, die das hier tatsächlich abbilden können. So, er rechnet jetzt wieder ein bisschen und ich habe es immer so eingestellt, dass er mir die Autokorrelationswerte für alles ausspuckt, was er gerade hat. Wir befinden uns jetzt hier, wo wir für die Preise, die Return Volatilität und die quadrierte Return Volatilität und die Autokorrelationsfunktion sehen. Das ist das, was Sie aus dem Skript kennen, deswegen schließe ich das auch gerade mal nochmal. Machen wir das nochmal zu. So, und wir befinden uns jetzt hier bei den Tests, wo wir erstmal die Konsole nochmal etwas größer ziehen müssen und ich habe das hier unten relativ unschön hingeplottet. Sie können sich das natürlich auch wieder in eine Variable speichern oder hübscher in eine Datei schreiben lassen, was Ihnen da auch immer beliebt. Wir sehen jetzt hier, der Durban-Watson-Test für die Preise ist bei 0, positive Autokorrelation. Für die Lock Returns gibt er mir einen None aus, das bedeutet einfach, dass er hier keine Autokorrelation berechnen kann, was in dem Fall Sinn macht, dass wir keine Autokorrelation haben. Und für die Volatilität sind wir wieder im hochpositiven, autokorrelierten Bereich. Wie Sie sehen können, kann ich mir hier natürlich auch den kompletten DataFrame ausspucken lassen, dann sehe ich aber außer lauter Werten nichts mehr, weswegen es sinnvoll ist, hier über die Head-Funktion sich das anzeigen zu lassen. Da können Sie ein Gefühl für die Daten bekommen, Sie sehen, wie sehen die denn aus, was für eine Struktur haben die Daten, was kann ich damit denn anfangen und in welche Spalten muss ich hier denn überhaupt mit reingehen. Sie können sich hier deskriptive Schreibungen ausgeben lassen, entweder in so einer Summary-Table oder Sie können die auch selber definieren. Ich mache das jetzt nochmal klein und fasse das einfach alles nochmal zusammen. Was haben wir jetzt gelernt? Wir können Pakete in Python implementieren und deren Funktionen nutzen. Wir können Funktionen selber definieren und ausführen. Wir können Finanzdaten selbstständig nun runterladen und uns ansehen. Das heißt, wenn Sie hier einen anderen Ticker reinschreiben, ist es so, dass Sie eine andere Zeitreihe angezeigt bekommen. Das Einzige, womit Sie leben müssen, ist, dass das immer noch Tesla heißt. Das ist der Nachteil von dieser einfachen Code-Darstellung. Man kann das Ganze natürlich auch in verschachtelte Objekte und Definitionen von Funktionen packen. Das bewirkt dann, dass je nachdem, welchen Ticker ich mir hier runterziehe, sich der Name und die Beschreibung und das Label und die Farbe ändert. Je nachdem, was ich hier runterlade, das ist durchaus möglich. Wo ich jetzt im Zuge dieser Veranstaltung bzw. dieses ersten Videos einfach mal darauf verzichtet habe, dass Sie hier selber in den Parametern ganz einfach rumspielen können. Nehmen Sie sich die Zeit, sich den Code in Ruhe anzusehen. Ich habe Ihnen auch für diejenigen, die noch nie absolut gar nichts mit einer Programmiersprache zu tun hatten, auch einige Tutorials in den Moodle-Kurs gestellt. Sie können diesen Code nehmen, manipulieren, verändern, ausprobieren. Das habe ich mit den anderen Code-Snippets, die wir in diesem Kurs lernen werden, genauso aufgesetzt, sage ich das mal. Und wir werden allerdings, gerade wenn es in die Machine Learning und Data Science Thematiken geht, anspruchsvolleren Code verwenden werden müssen, damit wir da Ergebnisse bekommen, mit denen wir auch etwas anfangen können. Nehmen Sie sich den Code, spielen Sie da mit und ich hoffe, Sie haben da etwas Spaß und Freude dran und bis zum nächsten Video.